Servus, Mario aus Thailand, Bataia! Jetzt sind wir in dem Art Museum hier in Bataia. Leute, das ist ein absolutes Muss. Wenn ihr in Bataia seid, das müsst ihr euch ansehen. Das ist einzigartig, wunderschön. Das ist in der Nähe von Terminal 21. Schauen wir mal Leute, auf geht's! Art in Paradise. So, auf geht's! Hier werden die Schuhe ausgezogen. So, und hier geht's los. So, und hier geht's! So, und hier geht's! Hier kann man wunderschön Selfie machen, Leute! Hier geht's! Gell Oh, big shark, weiße hei. Riesenkrake. Sehr schön. Die ist auch wunderschön klimatisiert. Ja, da fühlen sich auch die Eisbären wohl. Ja, da fühlen sich auch die Ecke. Wunderschön, Leitle. ... ... ... ... ... ... ... Art in Paradise, Pattaya, in der Nähe vom Terminal 21, Leute, ein absolutes Muss. Eintrittspreis für Thailänder 200 Baht und für Touristenausländer 400 Baht. Aber Leute, das ist das wert, das ist das absolut wert. Und das ist das wert, das ist das wert. Und das ist das wert. Und das ist das wert, das ist das wert. Oh geil Leute, oh ist das geil, oh ist das geil. Oh Leute, das ist mega geil hier. Wahnsinn. Gebt euch das. Mega geil. Gebt euch das. Gebt euch das. Das ist Kunst. Gebt euch das. 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 Geil, super! Also das muss man gesehen haben, wirklich! Leukadong, das Lichterfest in Thailand, Songkran, das thailändische Neujahr mit Wasserspritzen. Das kennen wir ja auch alle schon. Und wiederum. Und wiederum. Komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Dinosauria. Oh, this is great. This is mega. Absolute mega. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid mega spitze. Tschüss, servus. Mario aus Thailand. Butthaya. Art in Paradise. Tschüss, Leute. Unbedingt ein Muss zum Ansehen. Ciao. Tschüss.